Ich habe etwas gelernt in der Politik, dass ich auf hypothetische Fragen nicht antworte, egal ob sie meine Person oder tatsächliche Situationen betreffen. Und das gilt für diese Frage auch. Und im Übrigen hat der Bundeskanzler dazu meines Wissens alles gesagt, was zu sagen ist. Der offene Frage ist, der die Ideen über den Ehrenkreis. Vielen Dank.